Hallo Milka, herzlich willkommen im Podcast, schön, dass du da bist. Hallo Christopher, du hast so eine angenehme, beruhigende Stimme. Ich hoffe, ich werde dem irgendwie gerecht. Ich möchte gleich schon so, you know, I want to zen. Great. Ja, das ist meine Therapeutenstimme. Echt? Wenn du die auch im Alltag an willst, willst du damit sagen? Nein, nein. Wenn ich Meditation einspreche, mache ich das manchmal, aber es wird mir gerade bewusst, dass es auch völlig over the top ist und überhaupt nicht, das ist gar nicht normal, diese Stimme. Danke für das. Entschuldigung, ich wollte dir das so nicht spiegeln. Ich fand das wirklich sehr, sehr angenehm. Aber ja, wenn das die Therapeutenstimme ist, ist das natürlich. Ich fühle mich jetzt schon therapiert. Mal gucken, was bei dieser Session rauskommt. Nee, das ist so. Ja, sehr schön. Danke dir dafür. So was Entlössendes. Ich weiß nicht, warum ich das mache. Das fällt mir auch ganz oft auf die Füße. Ich kann auch nicht mit Male Fragility. Das ist nichts für mich, weißt du? Weil irgendwie, ich bin, I'm too clumsy for that shit. Ich komme immer rein und dann immer gleich so, damit will ich jetzt nicht sagen, dass du fragile bist, aber so, dann komme ich immer gleich mit dem Holzhammer. Der Holzhammer, der gefällt mir einfach ganz toll. Aber wie gesagt, das war gar nicht meine Absicht. Ich habe es nur, es war nur eine Feststellung und die war in sich auch total unschuldig. Aber es ist natürlich wieder interessant. Okay, ich höre auf. Ja, ist das mit dem Holzhammer für dich eher hilfreich gewesen oder so im Leben oder eher behindernd? Ich fand es jetzt nicht als Holzhammer. Also es ist beides. Dadurch, dass ich da so eine gewisse Unschuld mit reinbringe, weil ich meine es ja wirklich nicht böse. Es ist einfach so, mir fallen Sachen auf und die muss ich dann sagen. Das geht nicht anders. Da gibt es keine inhärente Schranke in meinem Gehirn. Das ist dann einfach, das ploppt dann so raus. Und dann fällt mir meist erst nachher auf, dass es vielleicht zu viel war. Und dann gibt es natürlich manchmal Leute, also es gibt viele Leute, die empfinden das als angenehm. So nach dem Motto, oh, das ist mir so noch nicht aufgefallen. Oder das ist ja auch mal wieder eine Art und Weise, das zu sehen. Also dann kommt man darüber in ganz wunderbare Gespräche, die sich dann auch so anders entfalten. Also dann gibt es dem Ganzen noch mal so eine Tiefe. Und das finde ich dann auch wieder schön. Aber es gibt natürlich auch so das ein oder andere Ego, das sich dann ganz extrem angegriffen fühlt. Also dann ist es irgendwie, bei manchen Leuten ist das wirklich so, als hätte man die Unterhose runtergezogen. Dann stehen sie da völlig entblößt. Oh mein Gott, Hilfe. Und ich stehe dann da immer und denke, I'm sorry, I didn't want to do that. Also das war nicht meine Absicht, die jetzt so auf den Schlips zu treten. Aber wenn ich es jetzt schon mal getan habe, dann kann ich es vielleicht auch weiter. Ja, dann kann man jetzt da auch noch mal weitermachen. Ja, aber es ist, also für mich hört es sich nicht anders, hättest du die Unterhose, die ihn blößt, sondern eigentlich ist es eher wie des Kaisers neue Kleider. Vielleicht ist es so. Und der sagt, guck mal, der ist nackt. Nackt. Ja. Für den Kaiser ist es aber trotzdem unangenehm. Richtig. Genau. Hat das was mit Selbstwert zu tun? Um auf dein Buch zu kommen? Also das hat ganz sicher etwas mit Selbstwert zu tun. Hätte der Kaiser einen unzerstörbaren Selbstwert, ein gesundes Selbstwertgefühl, dann wäre ihm das total egal, was das Kind da sagt. Dann würde er auch nicht so viel auf seine Kleidung geben. Wobei das hat ja auch noch mal so einen geschichtlichen Aspekt. Sonst hätte man ja früher den Kaiser nicht als Kaiser erkannt. Es gab ja sowas wie Social Media nicht, wo von jedem, der in irgendeiner Art und Weise bekannt oder wichtig ist, irgendwo ein Bild zu finden ist. Das war nicht. Das war wirklich sozialer Status, waren die Kleider. Jetzt hatte er da die besondersten Kleider an und das waren halt einfach keine. Und das Kind hat es dann begriffen und zum Ausdruck gebracht. Wäre er jetzt so eine Art Mensch gewesen, glaube ich, der in sich geruht hätte, hätte er gesagt, ja, meine Nacktheit ist wirklich besonders. So einzigartig wie jetzt werde ich nie wieder. War aber wahrscheinlich nicht der Fall. Also ich glaube, das führte irgendwie gerade in dem Punkt irgendwo anders hin, weil er sich dann ja natürlich, also das Status-Symbol, das ihm entzogen worden ist und er sich dann plötzlich total entblößt gefunden hat. Und das ist dieses, ich mag das Wort Ego nicht, aber ja, das Ego, das trifft es einfach. Das ist dieses große Ego, das dann ihm irgendwie quasi auf die Füße fällt. Ja, aber passiert schon öfter bei uns allen. Ich habe in meinem Buch Selbstwert eine Challenge, die nennt sich My Essential Challenge. Und da geht es darum, was für einen das Wichtigste im Leben ist. Also woran man sich ausrichtet, aber auch aufrichtet. Und das sagt ganz viel über ein Selbst aus, finde ich, und über den Kurs des eigenen Lebens. Jeder von uns hat, also jeder Mensch im Leben hat irgendwo ein Essential. Für den oder die einen, eine ist es die Familie, vielleicht für jemand anders ist es das rote Auto. Dann gibt es wieder Leute, die möchten sozialen, gesellschaftlichen Status oder Geld, vielleicht aber auch gewisse, diese Seelenruhe. Und danach strebt man und danach richtet man sich aus. Und der Wert oder die Wertigkeit dieses Essentials, die ist natürlich, die beeinflusst auch die Wertigkeit unseres eigenen Lebens. Was ist, wenn das rote Auto weg ist? Was ist, wenn die Seelenruhe flöten gegangen ist? Und was ist, wenn die Familie plötzlich durch einen schlimmen Unfall, Unfall, ja, toi, 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 das möchte ich nicht sagen, aber plötzlich weg ist, zerbröckelt, fällt, Scheidung. Und dann merkt man häufig, wie Menschen in sich zusammenfallen. Ganz oft fällt mir gerade auf, passiert das so in unserem Alter, wenn man dann so Mitte 40 ist und die erste Midlife-Crisis einen ereilt. Oder die zweite oder dritte, bei mir werden es ja schon, ich habe ja schon ein paar mehr gehabt. Aber wenn man plötzlich darüber nachdenkt, was ist mein Warum? Was will ich eigentlich? Und wenn man merkt, okay, das, was ich mir vorgestellt habe, so nach meinem Studium oder sowas, nach der Schule, was mein Warum sein sollte, das ist es nicht. Und der Job, der ist irgendwie scheiße. Und das macht alles irgendwie gar keinen Spaß mehr. Und warum lebe ich jetzt? Und ganz viele Leute stützt das in eine große, große Krise, weil eben das Essential, dieses Warum, nicht groß genug ist. Und ganz am Anfang des Buches schreibe ich darüber, wie ich Selbstwert, also den Wert des Lebens quasi definiere. und wie ich erfahren habe, was die Größe des eigenen Lebens ausmacht. Und deswegen sage ich auch, dass es so wichtig ist, sich immer wieder mit diesem, mit dieser eigentlichen Wertigkeit des Lebens zu connecten. Also diese Happiness Connection irgendwie als starke Basis für das Leben zu nehmen, damit man sich immer wieder, egal was passiert, darauf ausrichten kann. Und dieses, diesen Selbstwert, diese Größe, das ist ein großes Wort, jetzt kommt es, universelle Größe des Lebens zum Mittelpunkt und Ausgangspunkt zu machen und dann auf deren Basis voranzuschreiten. Und bevor du auf Play gedrückt hast, da haben wir ganz kurz über Selbstoptimierung gesprochen. Und ich meinte nur irgendwie, ganz klar, ich hasse dieses Wort. Ich finde, das trifft das irgendwie total nicht, weil ich immer sage, dass der Selbstwert tatsächlich etwas ist, mit dem wir ausgestattet sind. Also wir sind vollkommen ausgestattet und im Laufe unseres Lebens fallen wir in uns hinein. Und das ist es eigentlich. Also wir streben immer so nach, ins Außen, zum roten Auto, zur Familie, zum Job, zum Weiter, höher, schneller, besser, mehr und irgendwann kriegen wir so total die Krise, weil unser Ich, unser eigentliches Sein irgendwie nur denkt, what the fuck are you doing? Come back here! Weißt du? Und das ist dieses, das ist die eigentliche Krise so, dass wir nicht zurückkommen, in uns selbst wieder, zu uns selbst kommen. Deswegen, es geht nicht um Selbstoptimierung, dass wir besser werden, schneller werden. Es geht darum, irgendwie die Puzzleteile wieder zusammenzufügen, sodass wir, und die Connection zu unserem eigentlichen Glück, zu unserem eigentlichen Sein wiederherzustellen. Durch unsere Aktion. Und darin, aber auch darin, trotzdem können wir darin immer besser werden. Und wenn wir das tun, wird alles, was wir darauf aufbauen, alles, was wir darauf hin tun, besser sein. So. Eine bessere Basis haben. Eine, sich angenehmer anfühlen. Uns in Richtung Glück bringen. Und das ist das, was unser Leben eigentlich von uns will. Und das ist, du sagst, du sagst, das ist eigentlich ein Erinnern. ich nehme mal so ein Wort aus dem, ich glaube, das Recht der Erinnern. Heißt das da. Und, oder Hinduismus, ich weiß es gar nicht, Samasati, das Recht der Erinnern, eigentlich das Erinnern, was vorher da war. Aber dieser Selbstwert, wie finde ich den? Üben. Leben. So. Und aufmerksam, sich selbst aufmerksam anschauen. Ohne Bewertung. Interessanterweise sind ja die Werte, die wir haben, meistens optruiert von irgendjemandem, uns auferlegt, erlernt zum Beispiel. Erwartungen kommen ja auch selten, wenn wir ganz ehrlich sind, aus uns selbst heraus. So. Also es ist ja nicht so, dass ich tatsächlich eine Erwartung an mich habe. So. Jetzt muss ich gucken, dass ich das irgendwie richtig aufschlüssel, weil es fühlt sich ganz oft falsch an. Meistens sitze ich irgendwie da und denke, ach ja, aber ich erwarte von mir, dass ich das irgendwie gut hinbekomme, dass ich meinen Chef überzeuge und so weiter. Aber ist das wirklich so? Also das frage ich mich ganz oft. Also als ich so hart mit meiner Depression gekämpft habe, da habe ich eigentlich mit den ganzen Erwartungen an mich und an mein Leben gekämpft. So. Die ich in der Tat an mich hatte, ja, ganz klar. Aber irgendwann wurde mir sehr klar, dass das so gar nicht stimmt. Und so. Das war, jetzt kommt es wieder, das war mein Ego. Das, was irgendwie was sein wollte oder sein will in der Welt. Irgendwas darstellen will in der Welt. Und das ist in meinem Job als Moderatorin natürlich irgendwie nochmal ganz besonders tückisch, weil ja, man möchte ja was sein und was darstellen in der Welt. Das ist sein Job. Verdammt. Und dann auch noch besonders schillernd, gut, toll, nett, keine Ahnung was sein. Und ich habe einfach irgendwann gemerkt, dass das passt gar nicht. Ich bin zwar nett, aber irgendwie nicht immer. Und dann möchte ich aber auch, dass es mir das total scheißegal ist, ob ich jetzt nicht gewesen bin oder nicht. Und daraufhin habe ich mich so auf die Suche begeben, nach dem, was tatsächlich da ist. Und witzigerweise war da nie eine Erwartung. Da war eigentlich nur so eine, so eine große Freude, das zu können. Ich kann es nicht anders sagen. Da kam, da war nie so ein, da war nie ein Drang nach außen. Ein, 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 ja, ich weiß nicht, da war nie eine Pfeilspitze. Ich habe so eine Pfeilspitze immer gefühlt. Irgendwas, was irgendwo hingehen muss. Und das drückt Selbstoptimierung ja auch so aus, so als würde aus einem heraus so ein, ein, ein großer Pfeil wachsen. Und der muss unbedingt nach oben. Und dann von dort aus breiten wir uns aus. Sondern da war eigentlich nur diese, diese, diese wirklich wertvolle Erde, ja, die auf ihre Samen gewartet haben, hat, die ich mit meinen Wünschen, mit meinen Gedanken, mit meinen Zielen setzen kann und konnte und immer noch weiter setze, die ich dann wässere durch mein Handeln, durch meine Übungen, durch, durch mein Leben und die daraufhin wachsen und gedeihen. Aber ich habe immer dran gezogen. So, ich wollte immer, dass das irgendwie schnell, Selbstoptimierung ist, dran ziehen am Samen. Ja, klar. Das bewirkt, das, das, das geht nach hinten los. Und, ähm, und, und, das zu erkennen, dass das eigentlich alles schon da ist und dass ich mich gar nicht so stressen muss. und das ist so, dass ich das so, dass ich das leben kann. Das war diese große Freude, dass das alles schon, dass ich schon ein Bild von mir gemalt habe, ähm, das meinen inneren Erwartungen entspricht und dass ich da gar nichts mehr dran verändern muss. Und, ähm, das war, äh, 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 ein wunderbarer, ein wunderbarer Moment, wo sich viel gelöst hat. Und, wie hast du dieses Bild entdeckt von dir, das schon da war? Ich habe mir viel Zeit genommen. Mhm. Ich habe mir viel Ruhe gegönnt. Ähm, ich habe viel Zeit gebraucht. Und wie gesagt, ich habe aufmerksam hingeschaut. Mhm. oder auch mal nicht hingeschaut. Aber alles halt sehr, sehr aufmerksam. Und dann habe ich, ähm, einfach weitergemacht und kleine, klein, also wirklich kleine Aufgaben gelöst für mich. So. Da geht, irgendwie, es ging für mich auch darum, einfach so, zum Beispiel, kleine Ziele zu erreichen oder irgendwo aufzuräumen. Ja, also, ähm, und dabei, um das aufmerksam zu tun. Aber das Wichtigste war wirklich die Aufmerksamkeit, die ich mir geschenkt habe. Mhm. Wie mache ich das, wenn ich jetzt gerade Eltern bin? und das ist das Gegenteil von Ruhe, ne, und Zeit für mich ja eigentlich. Wie fange ich da an mit der, mit der Suche, mit der Aufmerksamkeit? Auf mich. Wenn im Außen ganz viel Aufmerksamkeit gehört, ne? Ja, no. Das hört ja nicht, das hört ja nicht mit, mit eins auch, sondern, ne, die klopfen auch noch mit drei, mit sieben an die Tür, mit zehn. Oder wir, genau, genau, und wollen dann irgendwie was mit und so, ich hatte echt total Glück, weil das bei mir schon vorher losging und ich auch sehr viel vorher schon lösen konnte, bevor ich Kinder bekommen habe. Okay. Das heißt, lösen können, heißt, wie hast du das gemacht, konkret, hast du dich begleiten lassen, therapeutisch Coaching? Natürlich, natürlich bin ich da, also mit so einer Depression, wenn du da nicht in Therapie gehst, dann, ja, dann sollte man sich wirklich therapeutisch behandeln lassen, so auf jeden Fall. ich habe aber noch, ich habe nie ein Coaching gemacht, so was ich mache, also ich persönlich, ich bin Buddhistin, so, ne, also ich bin, ich meditiere in meiner buddhistischen Praxis, also täglich, morgens und abends, und das ist eine Zeit, die ich mir auch sehr, sehr, sehr stolz nehme, so, also das sind, seitdem ich Mutter bin, sind es nicht mehr die drei Stunden am Tag, die ich dann genommen habe, mir hingesetzt habe und wirklich mir die Seele aus dem Leib gechantet habe, irgendwie, weil ich so, dachte, das kann noch nicht sein, ich will glücklich werden, aber es sind immer noch sehr konsequent, ich versuche mindestens eine halbe Stunde am Tag zu schaffen, aber das schaffe ich nicht immer, aber es ist irgendwie, und selbst wenn ich nur mich kurz hin, mich nur kurz hinknie und sage, Nam-myoho-renge-kyo, 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 so, oder das Sancho gemeinsam mit den Kindern am Abend, das, was ich eben gerade genannt habe, nennt man so Sancho, dann versuche ich genau das so zu genießen. Das ist eine sehr, sehr wichtige Komponente für mich persönlich, ganz grundsätzlich. Regelmäßig Meditation. Regelmäßig genau, diese Form von Meditation. Ich glaube aber auch, dass jede, jegliche andere Art von Meditation schon mal hilfreich ist. Ich habe für mich gedacht, okay, ich mache das mit diesem Buddhismus, der lässt sich am wenigsten verarschen und ich bin zu schlau. Ich mache das, also schlau klingt jetzt irgendwie total anmaßen, aber mit Religion, da mache ich gerne irgendwie, was ich möchte und das ging halt da nicht. Deswegen habe ich das durchgemacht und habe damit sehr, sehr gute Erfahrungen und viele Erfahrungen gemacht. Eine andere Sache, die ich mache, ist, ich nehme mir wirklich Zeit. Ich nehme mir Zeit für die Sachen, von denen ich gelernt habe, dass sie mir gut tun. Was tut dir gut? Zum Beispiel, es ist Sport. Also ich mache jetzt, das heißt nicht irgendwie, dass ich sage, ich muss jetzt nicht jeden Tag irgendwie großartiges Crossfit-Programm irgendwie hinmachen, mache keinen großen, aber ich mache zum Beispiel jetzt, im Moment mache ich jeden Tag Yoga, weil ich bemerkt habe, gerade mit meinem sitzenden Lifestyle, dass mir das total viel bringt, wenn ich mich aufmache, wenn ich mich dehne. Diese Art von Bewegung finde ich einfach, finde ich total schön. Auch diesen meditativen Aspekt, dass es mit dem Atem ist und so. Das genieße ich unglaublich und alleine der Genuss Aspekt dieser einen Sache, die ich mache am Tag, die rettet mich über sehr, 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 sehr viele Stunden. Also ich werde extrem ungehalten, wenn das mal nicht ist. Selbst wenn ich nur 15 Minuten hinbekomme, ist egal, es muss keine anderthalb Stunden sein. Aber selbst wenn es nur 5 Minuten sind, die müssen sein. Und meine Kinder haben mittlerweile gelernt, dass das auch so ist. Also in der Zeit, bitte Mama, lass sie mal kurz in Ruhe, das braucht die jetzt. Und das respektiere ich auch für sie zum Beispiel. Also meine größere Tochter, die möchte zum Beispiel Sachen selbst machen auf ihrem iPad. Jetzt kann man sagen, oh, iPad und Hilfe und das damit, aber das ist ihr Wunsch. Sie möchte wirklich sagen, jetzt macht die da jetzt nichts irgendwie Anstößiges oder Doofes, aber sie möchte einfach selbst darüber bestimmen, dass sie ihr iPad nehmen kann und mal was drauf machen kann. Wir haben das beschränkt, darf eine halbe Stunde, nicht am Tag, aber eine halbe Stunde, ich glaube so in drei Tagen haben wir gesagt, darf sie dran machen und dann am Wochenende ist dann aber nix und so, also solche Sachen. Das heißt, wir haben da ein Limit gegeben, aber das genießt sie sehr, dass sie diese halbe Stunde hat, hat dann so einen Timer drauf, hat sie sich auch selbst irgendwie hingemacht, also das war jetzt nicht irgendwie meine Idee und das ist diese halbe Stunde, die sie sich selbst mit ihrem iPad beschäftigt und da was macht. Die Kleine hat da, die ist fünf, die hat da andere Herangehensweisen, aber auch bei der habe ich gelernt, dass sie das sehr genießt, wenn sie selbst bestimmen kann, wie und wann sie ihre Zeit wofür gebraucht. Und ich glaube, solche Sachen sind wichtig für sich selbst, aber auch für andere und dann gerät man auch nicht so aneinander. Ich glaube, das ist das größte Punkt. Also Genuss ist hilfreich? Genuss, ja. Den Selbstwert zu stärken oder zu finden. Was könnte, was ist noch? Es könnte noch so ein so ein erster Anfang sein, zu sagen, ich will mich mit meinem Selbstwert befassen. Also ein erster, also ich habe den ersten Anfang, den ich gemacht habe, der ist extrem profan. Es ist wirklich total profan, das Aufräumen. Also Aufräumen ist wirklich, ich höre es aber auch wirklich immer wieder von jedem. Also jeder Mensch, den ich kennengelernt habe, der meint irgendwie, ich habe heute meine Schubladen aussortiert und geordnet. Danach hast du so ein Gefühl von, oh, jetzt habe ich was geschafft. Das war jetzt irgendwie gut. und danach geht es einem besser und ich. Diesen Merikondo-Moment, das macht schon Sinn. Das hat was mit Verantwortung zu tun. Verantwortung dafür, für sein Leben zu übernehmen. Und im Buddhismus gibt es einen Spruch, deine Umgebung ist ein Spiegel deiner selbst. Und wenn es sehr unruhig ist in deiner Umgebung, oder wenn du merkst irgendwie, dass es Orte in deiner Wohnung zum Beispiel gibt, die mehr Andacht nötig hätten. oder die sehr... Haben wir einige schon, ja. Ja, 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 ist so. Dann steht halt da irgendwie ewig das um oder der Keller. Ich finde die Keller ja auch immer so faszinierend. Irgendwie, was haben wir alles im Keller stehen? De facto, wann bist du das letzte Mal in deinen Keller gegangen? Und weißt du noch, was da alles drin rumsteht? As a matter of fact, in meisten Fällen, wenn du jetzt umziehen würdest und du hättest eine ganz kleine Wohnung, du könntest 90 Prozent von dem, was in dem Keller ist, irgendwie wegwerfen. Das geht den meisten Leuten so. Also, wir haben keinen Keller. Aber hier gibt es auch so Schränke, wo ich denke, du kannst eigentlich weg. Das ist nicht mehr nötig. Und da wir ja relativ häufig umgezogen sind, weiß ich mittlerweile irgendwie, wie viel da auch wegkommt. Und muss. Und das ist total gut. Und es räumt das Leben auf. Deswegen sage ich immer, wenn du nicht weißt, wo du anfangen sollst, dann räum auf. Und dann kommt auch Klarheit irgendwie rein in die verschiedenen Bereiche deines Lebens. Dann merkst du auch, okay, das habe ich mir schon ganz lange nicht mehr angeguckt. Und dann ist es vielleicht erst mal eine Sache, aber es ist ja meistens eine Sache, die dich an etwas erinnert. Und dann kommt wieder Licht in dieses Dunkel. Und dann weißt du, wo du vielleicht gleich weitermachen kannst. Und das war zum Beispiel eine Sache, die habe ich gemacht, als ich so krass depress... Also eine der Sachen, die Depression ja auch mit sich trägt, ist, dass man irgendwie seine Umgebung verkommen lässt, also nicht mehr die Energie hat und so weiter. Das ging mir ganz oft mit meiner Wohnung dann auch so. Und dann als ich in so einer ganz besonders heftigen, also meiner letzten depressiven Episode war in Berlin, da war ich selbst und alleine in einer Wohnung, was ja auch nicht performant war, das war nicht so häufig der Fall. Und da habe ich gemerkt, okay, die Gefahr ist jetzt gerade ganz, ganz groß, dass das wieder so wird. Und eine Sache, dann habe ich mich immer wieder an dieses Ding erinnert. Deine Umgebung ist ein Spiegel deiner selbst. Und ich so, ah, don't want this for myself. Das will ich nicht. Also deswegen habe ich alles, also auch wenn ich Sachen auf den Boden gelegt habe, was ich auch gerne mal mache, so Klamotten auf dem Boden irgendwie ausziehen lassen, liegen lassen, keinen Bock mehr, oh, ich bin müde. Das habe ich nie gemacht. Ich habe sie immer alle mit Intention und sehr aufmerksam aufgehoben und habe das wirklich zu meiner Routine gemacht. Und wenn das das Einzige war, was ich tun konnte. Eine weitere Sache, die ich gemacht habe, war, ich habe mir Pflanzen gekauft. Pflanzen und Blumen. So, ich bin kein großer, ich habe keinen Grünnaum. Ich bin auch damals zumindest, jetzt in Holland hat sich das sehr geändert, aber damals zumindest, weil ich bin kein großer Pflanzenfan gewesen an sich. Aber ich habe bemerkt, dass es mir hilft, mich um so etwas zu kümmern. Ein Haustier würde ich mir jetzt nicht anschaffen wollen. Da sehe ich mich nicht unbedingt in der Lage, auch in der Lage zu. Und das wäre damals auch extrem gefährlich gewesen für das arme Tier, Tierquälerei. Aber so eine Pflanze, you know, let's give it a try. Dann habe ich mir halt irgendwie wirklich diese Pflanze geholt. Und das Einzige, was ich mir gesagt habe, okay, don't let it die. Ich habe sie Milka genannt. Und die darf nicht sterben. Das war mein daily reminder dieser Pflanze. Das war wirklich, da habe ich mit dem Floristen dann dort gesprochen. und ich meinte irgendwie, dass ich eine Pflanze haben möchte, der ich täglich irgendwie eine kleine Menge Wasser geben muss. Also so ein halbes Glas oder sowas. Und das war dann meine Aufgabe. Also solche Sachen. Sich kümmern um ein anderes Lebewesen, quasi dann tut man sich selbst auch was gut, weil man sich dann auf eine Weise auch um sich selbst kümmert. Und jetzt sind wir wieder beim Elternsein. Kinder sind natürlich sehr viel anspruchsvoller als Pflanzen. Aber in der Tat ist der Entschluss, für seine Familie die Sonne zu sein oder die Säule. Alleine dieser Entschluss, das ist ein Essential. Daran kann man sich aufrichten und ausrichten. Und dieser Entschluss bringt ganz viel wieder in Bewegung. Auch solche Sachen. Also man kann nur eine gute Säule sein oder eine strahlende Sonne, wenn man sich auch um sich selbst kümmert. Die Sonne dreht sich zum Ersten, also zuallererst um sich selbst, um dann für alle anderen scheinen zu können. Würde sie das nicht tun? Genau. Und das ist ja ein häufiges Ding, wo Eltern reinrutschen gerade, auch gerade Mütter, dass sie auf jeden Fall die Sonne sein wollen. Sonst würden sie auch nicht so einen Podcast hören. Aber halt dann eher sich ausbrennen. Genau. Genau. Ja, und das ist aber, das ist tückisch. Aber es ist immer beides. Also dieses um sich selbst drehen. Ich sage auch immer, ich vergleiche das immer mit einem Basketball, den man auf dem Finger irgendwie balanciert. Wenn du den Basketball, hier, das sieht man auch so schön, wenn du den Basketball nur so auf dem Finger balancieren würdest, dann würde der ganz schnell umfallen. Wenn man den aber dreht, so, und der sich dreht, dann ist es viel leichter, das Gleichgewicht zu halten. Und so ist es auch mit dem eigenen Selbstwert. Das funktioniert immer. Ja, es ist nicht nur dieses Self-Care, sondern auch dieses Eye-Care. Also, dass man sich um andere kümmert. Aber beides braucht eine gute Balance. Okay. Und nur in dieser Balance funktioniert es gut, glaube ich. Mhm. Ja, wie finde ich die? Ja, weil ich sehr dualistisch denke und in meiner Arbeit auch. Man denke halt, deswegen tue ich mich auch schwer damit, irgendwelche Aussagen zu machen. mach dies oder mach jenes, weil ich denke, es kommt immer drauf an. Und dann, wie Dualismus, du hast halt zwei Seiten, also die Self-Care und die Care-Father. Und das ist halt die Frage, wo bin ich auf diesem Spektrum? Meistens haben wir ja von unserer persönlichen Prägung sind wir irgendwo eher. Eher in der Autonomie oder eher in der Bindung. Und das zu erkennen und dann bewusst zu werden, da hin und her laufen zu können, dann kann ich ja Gleichgewicht schaffen oder auch dahin gehen, wo es gerade notwendig ist. Deswegen habe ich gelacht, weil es tatsächlich für mich so ein zweipoliges System ist. Es gehört beides dazu. Meistens haben wir eher eine Neigung zu einer Seite. Das war mein Lachen. Jetzt kommt ja auch schon die Ambulanz. Ja, ich glaube, dass es tatsächlich irgendwie so eine Art Schwingung ist, in die wir uns reinbegeben in dem Moment, in dem wir leben. Also, wir bewegen uns ständig. Im Buddhismus, der Buddha, im Buddhismus hat viele, viele Namen und einer der Namen ist der, der immer handelt. Ein anderer buddhistischer Philosoph hat das mal übersetzt mit der Buddha ist das Leben selbst. In dem Moment, wenn wir atmen, auch wenn wir nicht mehr atmen, aber wenn wir atmen und wenn wir sind, sind wir in action. Und selbst wenn wir nichts tun, ist das eine Handlung. Manche Leute entscheiden sich ja sehr, sehr bewusst dann irgendwie zu sitzen und das Leben an sich vorüber gehen zu lassen nach dem Motto, okay, wenn ich es lange genug aushalte, dann wird es schon vorbeigehen. Ich gehöre auch dazu manchmal. Bei sehr unangenehmen Situationen, die sitze ich gerne aus. Aber auch das ist eine Handlung. Da noch einmal zu gucken, was ist mein eigentlicher Entschluss? Was meinst du mit dem Warum? Ja, genau. Was ist denn dein Warum? Dein Warum? Warum? Wenn du es teilen möchtest. Ja, es gibt ein, ich habe mich da total widergespiegelt gefühlt, bei Neil deGrasse Tyson, den ich ganz großartig finde, großen Wissenschaftler und einfach auch tollen Mann und der hat mal gesagt, ich krebs jetzt nur ungefähr wieder, meine, ja, mein ursprüngliches Interesse ist es immer mehr, über die Welt zu erfahren und diese gleichzeitig ein bisschen besser zu machen für alle Menschen durch mein Sein. So. Ich glaube, das ist mein Why. Ich bin unglaublich neugierig. Ich finde Menschen großartig. So. Ich wünsche mir aufrichtig, dass alle Menschen glücklich werden können. Also das, ich wünsche mir das von Herzen, dass jeder diese, diese Happiness Connection, diese Verbindung zum eigenen Glück tatsächlich für sich verwirklichen kann und immer wieder aufs Neue. Das ist ja witzigerweise nichts, was irgendwann mal fertig ist. Also ganz oft wurde ich dann, ich habe das Buch rausgebracht und dann habe mich Leute im Interview gefragt, und bist du denn jetzt glücklich? Wie ich so, was ist denn das für eine Frage? Im Prinzip schon, ja. Ich habe eine gute Basis, aber natürlich kippe ich auch mal ganz groß in so, ich mache dann immer so Dip Dives in kleine, weißt du, manchmal bin ich auch ärgerlich und dinks, aber die Basis ist da. Richtig. Also ich weiß, und die wird auch mit jedem Tag meines Lebens immer stabiler. Wow. Das heißt irgendwie, egal was passiert, das war so interessant. Ich hatte einmal, ich hatte einmal eine Situation, da war ich in einem Redaktionsjob, bei dem ich schon gemerkt habe, dass er mir nicht gut tut, weil ich viel nachts arbeiten musste und ich habe überlegt, wie ich das dann lösen konnte und habe dann aber irgendwie gedacht, naja, aufgeben will ich ja jetzt nicht und bin dann zu meiner Redakteur, also Chef, zur Chefredakteurin gegangen und habe gesagt, ich würde gerne lieber mehr Tagesschichten machen, weil diese Nachtschichten, die sind wirklich nichts für mich, die kann ich, ja, kann ich nicht gut, die verarbeite ich nicht gut. Das hatte was mit meiner Epilepsie zu tun und das würde ich aber auch heute immer noch genauso machen, weil ich gemerkt habe, irgendwie Schichtarbeit ist sowieso nicht gut, war dafür nötig, war dann aber einfach eine gute Entscheidung, da zu sein. Und dann hat sie nur irgendwie ganz trocken gesagt und das war auch so ein bisschen ihr Ding und nee, das möchte sie nicht machen und sie würde mich dann auch gleich gehen lassen, weil das wäre ja irgendwie besser. Und hat das dann, hast du schon richtig gemerkt, die hat dann irgendwie alles Mögliche erwartet, also so, dass das dann so die Knöpfe irgendwie losgehen und dass ich dann total am Boden zerstört bin und unbedingt denkst du nicht so, hm, natürlich habe ich gesagt, war ich so schlecht oder was ist denn jetzt hier los? Auf der anderen Seite habe ich gedacht, naja, dann gehe ich jetzt. Und habe das aber auch wirklich so, also so, meine Reaktion war so aufrichtig, ich so, ach, okay, dann bin ich jetzt weg. Und das hat die völlig aus dem Konzept gebracht, weil sie dachte wirklich, sie stößt mich damit in ein irgendwie Loch, aus dem ich ganz schwer wieder rauskomme und habe ich aber einfach gemerkt, nee, meine Basis ist gut genug. Danach hat sie das. Sie hat erwartet, dass die, sie dir die Hand reichen kann für das Loch, ne? Ja, oder sowas. Also irgendwas hat sie auf jeden Fall erwartet, da kam aber nichts, das war für die Kinder. Ja, das auch. Und interessanterweise habe ich danach einen richtig tollen, also wirklich so einen tollen Job gefunden, den ich richtig, richtig gerne gemacht habe und wo ich irgendwie auch super viel lernen konnte und das war dann echt cool, ja, für mich. Aber die Erfahrung war so interessant und plötzlich, das war so ein Effekt aus diesem, dass mein Selbstwert einfach stabil gewesen ist. und das ist das, was passiert, wenn der Selbstwert stabil ist, dann ist man, dann wird man auch ein bisschen unberechenbar, weil dann diese normalen Knöpfe nicht mehr funktionieren. Eine andere Situation war, ich hatte eine ganz furchtbare Beziehung zu einem Mann, der ja auch so leicht narzisstische Züge hatte und ich will den jetzt irgendwie nicht diagnostizieren, aber es war auf jeden Fall eine sehr, sehr, sehr toxische Beziehung für mich, und ich war über sehr lange Zeit sehr unglücklich und habe mich auch gefragt, warum bleibst du denn? Aber irgendwie war das mein Entschluss, also das war, ich bin in diese Beziehung reingegangen und habe gesagt, okay, mega, du haust jetzt nicht einfach ab, wenn es irgendwie schwierig wird, sondern du ziehst das jetzt mal durch. Autsch! Hat total wehgetan, über Monate, und da sind viel, viele Sachen vorgefallen, die hätten echt nicht sein wollen, und eine der Sachen, aber dann war es irgendwann so, ich hole ein bisschen aus, dann war es irgendwann so, dass ich gesagt habe, ich möchte, ich war dann, ich bin für ihn quasi nach Düsseldorf gezogen und habe mich in Düsseldorf aber so nur schlecht zurechtgefunden oder schlecht einleben können und war davor in Berlin und war total happy irgendwie in Berlin, und gerade fand ich Berlin voll cool und Düsseldorf dann voll uncool und habe dann aber irgendwie, weiß ich nicht, gesagt an einem Punkt, so und jetzt, du bist, also du musst dich für die Stadt entschließen, in der du bist, du musst einfach, hier wirst du eine wunderbare Entwicklung machen, genau da, wo du bist und genau jetzt, so. Und das war so die Basis, mit der ich dann, durch diese Woche gegangen bin und nach einer Woche kam er dann, das waren glaube ich sogar nur drei Tage, kam er dann und ich war fast recht noch wie gestern, saß dann da irgendwie und schaute auf den Fernseher und sagte mir, so ganz nebenbei, übrigens mir gab, ich ziehe nach München, kommst du mit? und ich habe die Wohnung übrigens schon gekündigt, ich so, und das war so, das war so geil, weil irgendwie normalerweise ist man da ja irgendwie kurz sprachlos oder denkt irgendwie, what? oder sauer oder alles mögliche, aber diese ganzen Gefühle blieben raus, ich habe die wirklich nur so angeguckt und dachte so, like, again und gleichzeitig habe ich gedacht, okay, dann ziehst du nach München, aber ich bleibe hier und übrigens, dann war es das jetzt auch, Punkt und der war total, der war wirklich so, hä? hä? wieso? du bist doch total, das war so, ich hatte keinen Job, ich hatte keine Wohnung, ich hatte keine Ahnung, wie ich das irgendwie machen sollte, mein Vater war krank, ich musste irgendwie auf die Kaverden fliegen mit meinem letzten Geld irgendwie und damit, weil der ganz schlimm das im Herzen hatte und meine Mutter meinte nur so, es kann sein, das letzte Mal, also das war meine Situation und ich war total gefasst und habe wirklich nur gedacht, okay, you know, I'm gonna make it, I don't know, I don't know, but it's all, it's all there, I've got it all laid out, ich werde das schaffen, bin natürlich irgendwie die Seele aus dem Leib gechantet so und habe wirklich gedacht, okay, weißt du, jetzt aber, bin zu meinem Papa gefahren, habe meinen Vater dann versorgt, war halt irgendwie bei ihm, es ist danach noch einmal sehr viel schlimmer geworden, aber dann hat er sich, total, da meinte der Arzt nur so, wie durch ein Wunder, so, die haben Medikamente verändert und sonst irgendetwas, haben aber wirklich gedacht, der stirbt, aber wie durch ein Wunder, irgendwann drei Tage nach meinem Abflug ist er ins Krankenhaus, sechs Tage danach war er dann, ist er wieder irgendwie in den Hof rumgelaufen und war dann irgendwie total happy und dann ging es wieder sehr, sehr gut für, noch viele, ich glaube, noch sechs weitere Jahre, also das war total cool und ich bin dann zurück, habe dann einen Job gefunden, habe auch eine Wohnung gefunden, habe alles gefunden, ich habe dann eine super schöne Zeit in Düsseldorf gehabt und war voll happy so mit meinem Leben und alles kam aus mir selbst raus, also, und das war dieses, was ich vorher alles geübt habe, dieses Verantwortung zu überleben, irgendwie zu sagen, okay, was tut mir gut und was nicht, was will ich, wo richte ich mich nach aus, ist es eine Beziehung, weißt du, und auch aufmerksam zu beobachten, habe ich mich jetzt etwa nach einem Mann gerichtet, so, ups, I think I have to reframe my thoughts, weißt du, das war auch alles ein Prozess, aber das ist immer wieder ein Prozess und natürlich ist es ein bisschen wie Zwiebelschälen, so, ich sage nicht, dass heute ich in manchen Situationen weniger heule, aber meistens weiß ich irgendwie so ungefähr, was auf mich zukommt und immer gehe ich davon aus, dass es gut wird. Super. Wer da mehr wissen will, dem lege ich dann dein Buch ans Herz, die Happiness Connection, da sind ja dann ganz viele Wege drin und Challenges, wie man das, sich seinem Selbstwert nähern kann, der, wie du sagst, da ist. Ja, ich finde, das ist übrigens auch was Schönes, was man lesen kann, zusammen mit seinen, etwas älteren Kindern. Ich finde, ich glaube, es ist eine gute Basis und ich habe es auch bewusst so geschrieben, dass es sehr leicht verständlich, ja, accessible bleibt, ja, genau. unglaublich. Dass es nicht so, dass es nicht so abgehoben wirkt oder so. Nee, nee, du benutzt ja auch dann Bilder wie App für irgendwie Muster in unseren Köpfen und so und genau. Genau, genau, also, wie wir ein Update fahren können und so. Genau, und regelmäßige Updates sind wichtig, weil wir, ja, das stimmt. Ich hätte jetzt erst mal eins machen müssen. Ja, und wenn man mich finden will, irgendwie auf Instagram kann man mich super finden, Mekalo Fernandes. Es gibt auch eine Selbstwert-Seite, die man tagen kann, wenn man so eine Challenge macht, so, also Add-Selbstwert, ganz einfach und naheliegend und das reposte ich dann auch irgendwie gerne. Das finde ich, finde ich ganz großartig. Insofern, ja. Super, danke dir. Deine Webseite und alles packen wir auch in die Shownotes. Milka, vielen, vielen Dank. Also nicht nur, dass du da warst, sondern ich möchte auch für deine Arbeit danken. Auch wie offen du umgehst mit, mit deinem, mit der Depression, das ist ja auch ein Thema, das einfach, ja, Erkrankungen, die viele Menschen betrifft und das immer noch, psychische Erkrankungen, immer noch mit einem sehr hohen Stigma oder Tabu versehen sind, ne, und mit Scham. Und deswegen ist das einfach so wertvoll, wenn Menschen dann, äh, damit rausgehen und einfach dazu stehen und sagen, das ist ein Teil von mir und das ist ja nicht schlimm und man kann auch glücklich werden, obwohl man, ne, durch sowas gegangen ist. Das ist, glaube ich, macht auch viel Hoffnung. Genau. Ja. Und daher vielen, vielen Dank auch für dein Buch und für die ganze Arbeit, die du machst. Ich danke dir. Jetzt habe ich noch ein paar letzte Fragen, die alle meine Gäste beantworten dürfen, wenn sie wollen. Wenn du an deine eigene Kindheit denkst und es etwas gab, was du dir selbst beibringen durftest, was war das? Klettern. 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 In Bäume klettern. Ich habe immer gedacht, ich bin ein Affe und ich, ja, ich habe gerne geklettert. das durftest du auch. Aber das durftest du auch, das durftest du auch, ne, genau. Nicht, ja und nein. Ich habe meine Grenzen da gerne ausgetestet und ich bin auch mal vor dem Baum gefallen, aber es hat mir nicht geschadet. Okay. Und gab es was, was du später dir beibringen musst, konntest, durftest, was vielleicht da? Klavier spielen. Klavier spielen, okay. So. Ich wollte immer Klavier spielen und das war etwas, das konnten sich meine Eltern nicht leisten, dass ich das lernen kann und deswegen habe ich mir jetzt vor zwei Jahren oder so, ja, vor zwei Jahren sind wir in eine Wohnung gezogen, in der schon ein Klavier stand und dann meinte ich, das ist doch jetzt die perfekte Gelegenheit, auch einmal damit was zu machen und dann habe ich ein bisschen Unterrichtsstunden und jetzt übe ich fleißig auf meinem Klavier. Und ich werde kein, kein zweiter Chopin werden, aber so ein bisschen was mache ich und es macht mir einfach Spaß. Wofür bist du deinen Eltern dankbar? Meine, meiner Mutter bin ich sehr dankbar und heute Morgen habe ich das gerade wieder gedacht, meinem Vater bin ich sehr dankbar für sein, that he cared so much. Er hat, der war immer da, der hat wirklich, der war wirklich eine Säule. Auch heute noch, heute habe ich wirklich gedacht, die Art und Weise, wie der das hinbekommen hat, bis zum letzten Moment, mit einem Stolz und einer Würde und dem unbedingten Willen, dass es uns gut geht. Also das war einer dieser Väter, die sich richtig, ja, der ist aufgestanden für seine Familie, auch über sich selbst hinausgewachsen, für seine Familie. Das fand ich sehr, also finde ich sehr beeindruckend. Und bei meiner Mutter, der bin ich sehr dankbar für ihre, für ihre, wie nenne ich das jetzt, für ihre Offenheit, die ist so, die ist so, die hat mich wirklich machen lassen. Also die hat mich wirklich gesehen, so. Ich glaube, die hat gebetet ohne Ende, aber die hat, die hat mich machen lassen, so. und hat auch nie verurteilt, was sie sowieso nie machen würde. Aber sie hat, sie hat mich nie verurteilt für das, was ich getan habe. Und dafür bin ich ihr sehr, sehr dankbar. Wenn du werdenden Eltern drei Dinge mit auf den Weg geben könntest, du sagst, das ist eigentlich das Wichtigste im Leben mit Kindern. Was wäre denn das? In Holland sagt man, kommt gut. Das kann man übersetzen. Das wird schon. Das wird schon. Was? Ich finde irgendwie, ich bin nicht die Person, die jemandem Tipps geben kann in Sachen Erziehung. You know, I struggle myself. Und ich, meine, meine Schwiegermutter hat immer gesagt, mit Liebe geht alles. So. Und ihre Kinder sind alle ganz, ganz super geworden. Und ich glaube, das ist irgendwie das Wichtigste. Also das Wichtigste ist wirklich, liebt eure Kinder. Und die wollen euch nichts Böses. Das sind keine Tyrannen. Auch wenn sie manchmal tyrannische Gestalt annehmen. Aber ja, aber ich lerne ganz viel von meinen Kindern. Das ist unglaublich. Also jetzt habe ich gerade wieder genau dieses Ding, meine, meine, oh, und eine Sache, die habe ich, die habe ich noch gehört von einer Mutter, die fand ich auch ganz toll. Die meinte, du kriegst immer die Kinder, die du gerade so aushalten kannst. Und das fand ich ganz wichtig, wichtig und witzig. Und meine erste war sehr, sehr schwierig in der, in den ersten paar Monaten. so ein richtiges Schrei-Baby und hat nie geschlafen. Ewig lange nicht. Aber die hat mich dann, hat mir dann beigebracht irgendwie, dass ich mich auf mich und meine Instinkte konzentrieren darf in der, in meiner Mutterzeit. Und egal was irgendwelche Ratgeber oder sonst irgendetwas sagen, so, ich weiß das schon. Und interessanterweise war es wirklich immer so, wenn ich das dann gemacht habe und mit ihr auf diese mütterliche, liebende, intrinsisch schon bewusste, klare Art kommuniziert habe, hat es irgendwie immer funktioniert. Und heute ist die unglaublich selbstbewusst und total großartig und weiß genau, was sie will und kann das auf eine ganz, ganz liebevolle und nette Art auch ausdrücken. Wirklich ein tolles, tolles Mädchen. Die Kleine, die ist halt so, ist halt nochmal auf eine andere Art und Weise, bin ich scheinbar schon wieder ein bisschen gewachsen, so innerlich. Voll die Herausforderung. Und deswegen, aber da habe ich jetzt gelernt, ich muss mich von meinen Vorstellungen lösen, von wie etwas zu laufen hat und muss auch mal meinen Kindern oder ihr in dem Fall den Raum geben, das selbst irgendwie zu entdecken. Und die ist total selbstständig. Das ist mir, das war, finde ich, komisch. Aber die ist wirklich, die will alles ganz alleine machen. Und da braucht man natürlich ein bisschen mehr Zeit als sonst. Ganz viel Atmen geht es dann. Das war gestern so geil, dann sind wir aus dem Flugzeug raus und die wollte selbst die Koffer nach draußen rollen. Wir waren in der Mitte, der halbe Flieger musste halt ewig warten. Und dann meinte die ist du und das ist nur so, na jetzt noch ein bisschen schneller. Mein Mann hat ihr dann echt nur so einen bösen Blick irgendwie hingeworfen und dann meinte sie so, du machst das ganz toll. Die war super stolz, hat das aber auch wirklich alles selbst so nach draußen und wir haben dann wirklich gedacht, weißt du was, wir lassen es jetzt einfach laufen. Kommt gut, kommt alles gut. Das sind auch schöne Botschaften. Es wird alles gut, oder? Ja. Mit Liebe und mit den Kindern wachsen, gemeinsam wachsen. Ja. Danke, Milka. Danke, Christopher. Danke, Christopher. Danke, Christopher. Danke,